hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part zu let's play call of duty black ops 2 multiplayer so ich habe mir mal gedacht dass wir zusammen eine runde kill confirmed spielen können also abschluss bestätigt dazu gehen wir mal auf online ja wir haben es verstanden öffentliches spiel spiel suchen standard ja und da ist er schon abschluss bestätigt so sind immerhin 800 und 69 leute mit drin mal sehen wie lange es dauert nun da sind wir schon ich glaube ich würde die mal alle alle ne quatsch wo wo spielen wir ja nehmen wir doch mal standoff ja warum mutig die leute hier warum ist der nicht gemutet keine ahnung weil ihr wisst ja die community die lobby ist immer voll von erwachsenen leuten die auch sinnvolle beiträge geben deswegen gleich mit muten und das spiel geht los ziemlich schnell also gestern hatte ich doch so ziemlich paar ruckelnde und leggende partien ich hoffe mal jetzt habe ich so einen guten erwischt eine gute leitung ich weiß nicht hat es an meiner leitung gelegen keine ahnung ich glaube er dass es hier an diesem matchmaker liegt also gestern war es wirklich ziemlich legge und das hat mich sehr sehr angekotzt gut es geht schon los nehmen wir mal unseren typ und wie ist es ja es leckt ein bisschen ich merks so gehen wir mal hier es ist zwar ein bisschen legge aber was soll's es gab letztens einen patch wo man die sichtweite ein bisschen erweitern konnte das habe ich mal jetzt gemacht ach verdammt dahinter war ja und ist das ganze spiel sieht jetzt ein bisschen anders aus durch diese weil den habe ich seine marke schnappen wir uns mal da oben habt ihr es gesehen ach verdammt daran muss ich mich jetzt erst mal gewöhnen an dieses sicht an diesen sicht ja blick so einsammeln einsammeln ach verdammt verdammt okay das ist gut den haben wir so schnell mal nachladen hier so den haben wir ach verdammter mist gut wenigstens hat unser teammate das erledigt okay die sind da ganz weit hinten gehen wir mal da lang da ist eine marke gut scheint frei zu sein holen wir uns sie ich hab dich gesehen junge ich hab dich gesehen gut den haben wir auch jawohl und was für einer den haben wir auch schnell mal nachladen da ist doch einer ach stimmt verdammt das war so knapp gut die sind da hinten na hier war doch einer nee da ist schon hops gegangen so jetzt also ich hab die typen ziel genommen oh verdammt der ging aber sowas von hinüber und mir gefällt diese ACOG wie sie mich so und da war einer komm komm zurück so den haben wir ach verdammt spring hoch nein das will er nicht jawohl den haben wir noch wo ist unsere marke hin keine ahnung die hat sich wohl ein team mitglied hier geschnappt okay da hinten ja aus kracht dir jemand hat so ein übeling ach verdammter camper du du mieser ja und dann schön aus der hüfte aus 50 metern ja stirb stirb langsam so ihr seht schon also viele laufen wirklich mit ähm ja maschinengewehren rum gehen wir mal da hinten hin weil die sind wirklich zu overpowered also man kann leute wegholzen aus der hüfte das ist immerhin ah hinter uns da war einer ja der ist jetzt geschichte gehen wir mal hier lang wieder gut aber nicht schlecht okay die kommen den haben wir auch und da ist noch einer erschütterungsgranate gemacht assist ach man sei es rum na verdammt runter ja und schön aus der hüfte wie viele kugeln hast du denn verdammter ja so was ist hier komm stirb jawoll stirb stirb auch okay sammeln du ein da ist keiner so nehmen wir mal vorräte unterwegs hier scheint es frei zu sein komm her her damit okay wächter haben wir den stellen wir doch mal hier auf ach verdammt weg hier weg hier komm wo ist er denn die Drohne nähert sich ach Mistkerl du verdammter da war ich zu ungeduldig warum muss ich da auch raus ja unterdrück ihn unterdrück da schnappen wir uns mal wo bist du denn so den haben wir und schnell hoch schnell hoch jawoll nee da ist doch keiner komm steht unsere maschine noch nein die Drohne nähert sich das war so ein Spawnpunkt von denen okay jetzt ganz ganz vorsichtig Jungs ich bin's hier war einer jawoll den habe ich mal nachladen okay die sind wahrscheinlich da hinten ja nee doch nicht top gemacht Junge nee hier scheint doch alles frei zu sein jetzt nein gehen wir mal wieder zurück ich glaube jetzt kommen die von hier unterwegs das nächste mal nehme ich doch mal vielleicht die Drohne mit die macht sich schon echt nützlich ist hier jemand okay so wo seid ihr denn Jungs was so viel Leerlauf kenn ich doch gar nicht hier vom Spiel okay die schnappen wir uns mal coole Geschichte erstmal so die Vorräte haben wir mal wieder so okay da ist einer das sammeln wir mal ein so komm komm mach eine okay hier ist einer okay okay dann nehmen wir sie mal ach Mist mal dahin ja und wir treffen nichts so jetzt haben wir aber noch eine und das war's auch schade schade naja immerhin eine gute Runde war das da haben wir nichts getroffen und da machen wir ihn platt so wie es sich gehört schön aus der Hüfte so insgesamt war es eine gute Runde hat Spaß gemacht wenn auch ein bisschen legge da haben wir wieder mal was freigeschaltet es gibt es wirklich Unmengen an Zeugs die man freischalten kann und Unmengen an Punkte guck mal wie viele Punkte wir gemacht haben jetzt in dieser Runde hier dabei war es ja auch nicht sonderlich besonders oder berauschend also habt ihr Lust dann schaltet im nächsten Part wieder mit ein macht's gut und bis denn Ciao